was geht ab und willkommen zu einem neuen youtube video für uns geht es heute in den was geht ab willkommen zu einem neuen youtube video von mir auf jeden fall fahren wir heute zum sprungraum in spich das ist ein trampolin paradies und wir werden da ein bisschen spaß haben und euch auf die ganze reise mitnehmen wir sind jetzt auf jeden fall angekommen an der trampolinhalle für uns geht es jetzt da rein und let's do it was geht ab Hey Leute, ihr wisst gar nicht wie anstrengend das ist, ich bin seit 10-15 Minuten hier drin Wir machen jetzt hier diesen Parcours, checkt mal ab, wer schneller sein wird, auf jeden Fall, es macht ohne mal Bock Ihr müsst auf jeden Fall mit euren Freunden in so ein Trampolin-Paradies gehen, es geht unnormal ab It was at this moment that he knew, he fucked up ARD Text im Auftrag von Funk 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 Ich habe keine Ahnung, ob man mich sehen kann, auf jeden Fall. Es hat mega Bock gemacht. Wir sind jetzt hier rausgegangen. Wir hatten 90 Minuten Spaß. Die Jungs haben uns auch noch eine coole Lasershow gemacht, auf jeden Fall. Vielen Dank nochmal dafür. Und wir sind fix und fertig. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich bin tot. Ich bin das nicht mehr gewohnt. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Peace!